Shiri, die Hure, ist voll auf dem Nazi-Trip. Das wollten wir jetzt einmal ganz genau hier bei YouTube zeigen. Also Ortungsdienste sind aus, wie alle sehen können. iPhone 5, ganz normal. Das Display ist kaputt, das tut aber nichts zur Sache. Und jetzt zeigen wir euch mal, was sie bei den Suchergebnissen uns anzeigt. Christentum. Ich habe leider keine Informationen zu... Ich suche mal im Web nach Christentum. Ja, die Web-Suche. Kein Problem. Nach Christentum. Google, hilft weiter. Super. Jetzt suchen wir mal nach Judentum. Judentum. Ich habe leider keine Informationen. Kein Problem. Ich suche mal im Web nach Judentum. Okay, die suchen wir nach Judentum. Im Web, kein Problem. Zack, finden wir alles. So, und jetzt fragen wir die Nazi-Hure mal. Islam. Verrat mir zuerst, wo du bist. Aktiviere dazu in den Einstellungen unter Datenschutz sowohl die Option Ortungsdienste als auch unter Ortungsdienste die Option Siri. Warum, du Hure? Warum? Warum willst du wissen, wo ich bin, wenn ich nach Islam fahre? Du Nuppentochter. Noch mal. Du Fotze. Islam. Jetzt geht gar nichts mehr. Aha, jetzt wurden wir direkt geortet. Egal, ob mit Ortungsdienst oder ohne. Jetzt geht nichts mehr. Dreckig, dreckig, dreckig. Ja.